oh guck mal der ganze steht kann man in dunkel sehen nicht wow warte mal kurz ich will fotos machen ja warte bis kurz bilder machen ok so den turm werde ich finden ok was ich sehe den turm nicht ich kann ihn nicht sehen rene ich guck gerade selber wurde er war genau dazu da siehst du jetzt ist orange ich kann ihn leider nicht sehen das tut mir leid rede ach das ist die werbung dahinten das ist keine werbung doch das ist die werbetafel wirklich scheiß werbetafel ist dahinten leute da ist nicht da ist nicht die haus zeit ist nicht das blicken tut das licht ein da hinten bei den bäumen komm mal schnell leute da hinten blickt so ein licht guck mal raus da hinten blickt so ein licht jetzt ist er weiter nach links gegangen das licht sieht man doch soeben da ist ein licht da hinten am blinken wirklich ja das licht ist jetzt weg siehst man nicht mehr aber es schneit noch ziemlich feste ja das licht da hinten ist ein geister licht da hinten ist ein geister licht da hinten ist ein geister licht ne dass ihr handy da nicht Flackern Flackern Alles voll Schnee, der ganze Balkon Die ganze Balkonleiste Alles voll Schnee Alles voll Schnee Dahinten ist ein Geisterlicht Geradezu ist ein Geisterlicht Kein Scherz Es kommen Leute, die sich das Licht ausmachen Es ist so ein komisches Geisterlicht Es ist richtig schön an Leuchten Was das ist, weiß ich nicht Es ist Was das ist Von der grassern Ich habe Ich habe Es ist ein Heute Abend, jetzt gleich um 12.15 Uhr nachgucken auf Tele 5 Kadastrophenfilmen, das ist Boah, ich weiß nicht, was ich zur Reise kommt. Ich habe mir abgemacht, ich habe mir abgemacht, ich habe mir abgemacht, ich habe mir abgemacht, abgemacht oder irgendwas zu kriegen und ich kriege nur noch was, jeden Tag. Das ist natürliches Mineralwasser mit Kohlen und Söhnen. Wobei ich nicht kenne es. Ein ungeshalter das war... ...gereignet für... ...Aberge... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.